was geht ab fitness freunde wir werden heute einen milchreichs zubereiten bei dieser idee habe ich mich von patrick reiser inspirieren lassen der hat das vor kurzem auch schon gezeigt allerdings werden wir es ein bisschen anders machen denn ich habe den milchreichs schon mal früher gemacht und jetzt hat patrick mich wieder daran erinnert dass man den machen könnte ich war heute bei meiner mutter essen da habe ich das fett voll bekommen und die eiweiße auch schon so gut wie voll ich kann nur noch kohlenhydrate essen und ich möchte auch nur noch kohlenhydrate essen denn ich habe morgen ein sehr schweres brusttraining wie gesagt ich habe ein experiment am laufen wo ich mein eiweiß reduziert habe mein fett dafür die kohlenhydrate hoch und ich glaube die kraft kommt langsam wieder also ich war echt an einem tiefpunkt bei meiner diät mit der kraft und ich ich habe mich in der letzten zeit ein tick steigern können und wenn ich mich nicht irre kommt die kommt die kraft langsam wieder nur weil ich mehr kohlenhydrate zu mir nehme und dafür das eiweiß und die fette etwas runter geschraubt habe aber das ist noch nicht offiziell das werde ich euch noch genau mitteilen deshalb esse ich jetzt etwas was nicht so eiweißreich sein wird und zwar wird das fast nur aus reis bestehen aber dafür sehr viele kohlenhydrate enthalten wird und wie gesagt die brauche ich für morgen für das brusttraining denn ich will mich wieder versuchen beim bankdrücken zu steigern was wir brauchen ist basmati reis stevia vielleicht auch noch nicht unbedingt aber vanilletropfen wenn ihr den reis ein bisschen vanille flavor verleihen wollt dann brauchen wir milch und wasser und ich kann schon mal sagen das milch zu wasserverhältnis könnt ihr variieren je nachdem wie milchig ihr den den milchreis haben wollt dann braucht ihr auch noch einen reiskocher wahrscheinlich geht es auch im topf oder bestimmt geht es auch im topf aber da ist es einfach wesentlich einfacher ich habe hier 250 gramm reis ich werde den milchreis zubereiten mit 300 ml wasser und 100 gramm milch da ich wie gesagt kein fett und keine kein fett und kein eiweiß mehr brauche und die milch enthält diese beiden nährstoffe deshalb mache ich nur 100 gramm rein und 300 gramm wasser das müssen insgesamt 400 sein ja ungefähr 400 gramm dann werde ich von dem stevia herein tun ein paar ja ich würde sagen 45 teelöffel ich mache es aber nach auge milchreis soll ja süß sein also können natürlich auch zucker nehmen oder honig aber ich nehme stevia weil das kalorienfrei ist und ein paar vanilletropfen ich werde ungefähr zehn stück nehmen da ich den milchreis ein bisschen ja ein bisschen vanille aroma verleihen will 1 2 3 4 5 6 7 8 das war es auch schon also anstatt salz haben wir hier stevia und vanillesüßstoff da der reis ja nicht salzig werden soll sondern süß und das ist eine sehr gute abwechslung weil ihr kennt es vielleicht viel trockenen reis zu essen will man will man natürlich gerne viel trockenen reis essen damit man viel kraft hat für ein training und auch ist es auch eine gute und gesunde kalorienzufuhr aber man hat nicht oft bock auf trockenen reis und der milchreis ist eine geile variante weil er nicht salzig ist oder geschmacks so neutral wie die reis halt ist sondern süß und etwas milchig und das geile ist ich kann es zwar heute nicht aber ihr könnt es machen man kann ihn richtig geil mit himbeeren essen mit erdbeeren mit bahnen mit allen möglichen obst varianten und mit datteln habe ich ihn einmal gegessen schmeckt alles geil ich werde ihn heute nur ohne alles essen und trotzdem wird es geil schmecken jetzt jetzt kochen wir das ganze einfach beziehungsweise ich rühre das lieber noch um die ganzen zutaten man sieht schon dass das ein bisschen milchig ist wie gesagt ihr könnt variieren wenn ihr es träniger milchiger wollt dann nehmt ihr mehr milch und weniger wasser man kann auch sogar nur milch nehmen und dann kocht ihr das ganze bis es fertig ist und ich habe mal in einem kochvideo gesagt milch milchprodukte sollte man nicht kochen das gilt wenn man so ein essen zubereitet auf dem herd denn wenn ihr milch kocht dann entsteht oben so ein wie heißt das so ein so ein lappen ja wenn ihr milch kocht entsteht um so eine schicht und ja das wollt ihr nicht in eurem essen haben hier könnt ihr die milch kochen weil die soll ja mit dem reis sich vermischen und der reis soll ein bisschen milchig werden der milch reis ist fertig falls er euch zu trocken sein sollte könnt ihr noch ein bisschen milch hereinmischen nachdem er schon gekocht wurde und so sieht das aus ganz einfach ganz schnell und ganz lecker ich wünsche euch guten appetit